Ja Leute, heute gibt es eine Premiere und zwar meine erste Reaction als Video und Offline. Ja, nicht On-Stream, normalerweise reacke ich manchmal zu einem oder anderen Video On-Stream, aber Offline eben nicht. Das Ganze tue ich, damit ich mir genug Zeit lassen kann, denn ich glaube, das Thema kann, da kann ich sehr viel zu sagen. Es geht hier um den guten Niska. Ich muss mich zurücknehmen. Ich muss zugeben, dass ich schon über Instagram einiges erfahren habe, aber das Video habe ich noch nicht gesehen. Und es geht zwölf Minuten. Wir gucken das Ganze mal an. Wie gesagt, ich werde mal pausieren und dazu meine Sicht erzählen, denn ich glaube, die kann ich gut nachvollziehen, denn ich glaube, es geht hier sehr um die Creator-Sicht, wenn ich meine, dass es das ist, was von Instagram ist. Also würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein. Ich kann jetzt noch in den News droppen, Chat. Ich kann jetzt, glaube ich, hier nochmal eine News droppen, Chat. Eine News, die vorher auf Instagram schon gesagt wurde. Ich hätte nicht mehr ever gedacht, damit wir soweit kommen. Chat, es wird Änderungen geben auf meinem Twitch-Kanal oder auf meinem YouTube-Kanal. Je nachdem, wo ihr diesen Stream hier nachschaut. Gucken Leute auf Twitch Sachen nach? Ach ja, stimmt. Er streamt ja auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Okay, man kann halt beides nachgucken. Aber das halt auch nochmal. Wer mir auf Instagram followt, der hat die Nachricht schon mitbekommen. Ach so, okay. Erzählt jetzt nichts Neues oder wie? Ja, mal gucken. Und zwar, ich werde weniger streamen. Jetzt ist die Frage, warum? Tja, die große Frage. Und zwar, wie drücke ich das denn jetzt alles aus am besten? Und es ist nämlich jetzt mit dem Fall mittlerweile... Man merkt so, Nico ist ja einer, der immer straight raus ist. Also der immer sehr... Jo, Leute! Jo, jo, jo! Und man merkt einfach bei diesem Thema, er ist ruhiger. Er ist zurückhaltender. Er sucht nach Worten. Also man merkt ja ganz klar, es ist ein Thema, was ihm nahe geht. Es ist kein leichtes Thema für ihn. Also das merkt man auf jeden Fall. Es ist so ein typisches Zeichen, finde ich jetzt zumindest, dass man sieht, so ja, es ist ein Thema. Das beschäftigt ihn schon länger. Und es ist auch kein Thema, was jetzt so ganz einfach ist. Also so mega easy ist. So, ich streame jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahre, schon viermal die Woche Yu-Gi-Oh! Content für euch. Ja, da, bevor er weitergeht, auch Riesending. Also muss ja eins sagen, ne? Fernab, was man von Nipska hält. Aber der Junge zieht durch. Er zieht straight durch. Und er hat ja gerade gesagt, schon in zwei Jahren, viermal die Woche streamen. Und Leute, er streamt nicht eine Stunde. Er streamt unglaublich lange. Manchmal bis in die Nacht rein. Es ist krass. Also es ist krass, das Pensum. Das Pensum ist krass. Und ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich weiß ja, was er sagen will. Und das Pensum zu halten, ist unglaublich schwer. Und er scheint ja auch zu sagen, ne? Du musst kürzer treten und so. Ist heftig. Also es ist wirklich heftig. Das ist quasi ein Fulltime-Job schon. Aber er hat noch einen Job. Also bedeutet also, Richard, er hat zwei Jobs. Also er hat einfach ein Doppelleben. Und ja, Privatleben braucht kein Mensch, ne? Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, wo ich für euch viermal die Woche gestreamt habe, habe ich immer irgendwie Teilzeit nur gearbeitet oder sowas. Und da war das auch alles noch cool. Ich habe... Ja gut, Teilzeit. Also wer ihn schon lange verfolgt, weiß, es war nicht immer nur Teilzeit. Also er hat am Anfang auch noch sehr viel nebenbei gearbeitet. Und Teilzeit klingt immer so wenig. Aber er spielt so ein bisschen runter. So von wegen, ja, ich mache nur Teilzeit. Aber Leute, es ist heavy. Also er... Also ganz ehrlich, das ist krass, was er gemacht hat. Habe meistens so einen Tag frei gehabt oder so. Ich habe nur drei Tage die Woche gearbeitet. Dann habe ich am Wochenende hier und da mal gearbeitet und das ist... Guck mal, drei Tage gearbeitet und mal am Wochenende. Okay, es ist halt eine Halbtagsstelle, ne? Aber was ist das für eine Argumentation? Ich habe ja gar nicht so viel gearbeitet. Drei Tage die Woche und nochmal am Wochenende. Und ja, parallel stream ich viermal die Woche acht Stunden oder so. Das ist halt schon... Also es ist halt schon wirklich krass. Ist ja alles gut. Nur jetzt habe ich ja Anfang diesen Jahres... Habe ich ja... Leute, ey. Ich muss auf den Chat eingehen. Ey, Leute. Was sind das für Leute immer? Er redet ein Thema. Das ist bei mir genauso im Stream. Das ist so unglaublich. Du hast so ein Thema. Du machst sogar Fullcam, ne? Du gehst zum Fullcam, redest Indiecam, redest über Themen. Achso, ihr seht es gar nicht, weil meine Cam drüber ist. Ähm, da. Und ja, und da schreibt jemand, was stört dich? Bei Dooling Book. Ja, das ist das Thema auf jeden Fall. Das ist das Thema, worüber wir jetzt reden müssen. Wichtige Frage auch an dieser Stelle, dass man die jetzt stellt. Also man könnte es nicht nach dem Thema machen, man muss sie jetzt stellen. Leute, ey. Timing. Oh. Ja, meine Arbeitsstelle hochgestuft auf Vollzeitstelle. Erstens die Frage, warum habe ich meine Arbeit hochgestuft auf Vollzeitstelle? Das lag dran, weil das Auto meiner Mutter ist kaputt gegangen. Daraufhin habe ich ihr mein Auto geschenkt und ich musste mir halt ein neues Auto kaufen. Musste ich dann hier, ne? Finanzieren und alles mögliche, weshalb ich dann einfach nur meine Arbeitsstelle hochgestuft habe. Das ist so der Hauptgrund. Und jetzt ist es halt einfach der Grund, seit, was, einem halben, dreiviertel Jahr ist es mittlerweile schon so. Ich habe keine Ahnung jetzt, wie lange ich das jetzt schon so mache. Also ich kenne Nico und er weiß safe, das gefühlt auf den Tag genau. Also er ist jemand, der sehr gerne Zahlen mag, als ob er das nicht wüsste, wie oft oder ähnliches. Er will das jetzt einfach nur nicht so festlegen. Fünf Tage die Woche meine Arbeitsstelle als Physiotherapeut in der Tätigkeit eines Fachlehrers. Kaum komme ich nach Hause, habe ich zwei, drei Stunden Zeit. Ja, eigentlich ja zwei Stunden Zeit. Und dann hocke ich schon für euch hier vor der Kamera. Das ist crazy. Und das ist genau das, was ich meinte. Es ist halt crazy. Also dieses Pensum, also ich könnte es nicht, ne? Ich gebe es zu. Also das ist ja gefühlt, er arbeitet auf Burnout hin, wirklich. Es fängt jetzt mittlerweile an, komplett mir auf die Substanz zu gehen. Ja, wer hätte das gedacht? Was heißt das im Endeffekt? Ähm, ich bin nur noch kaputt. Verständlich. Ich verliere gerade wirklich auf die Dauer meinen Spaß. Ich habe alles aus den Augen verloren und alles. Das kommt noch hinzu, ne? Also Spaß ist ja so ein Ding. Du bist Creator, du musst es immer machen. Naja, es geht schon. Also Arbeit muss Spaß, Mann. Das wissen wir alle. Und wenn du natürlich von einem Job in den anderen hustlst, du hast keine Zeit, dir Großes zu überlegen. Du kannst nicht deine Wunschprojekte umsetzen, du hast keine Zeit dafür. Und du musst einfach liefern, 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 liefern. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Also ich fühle es zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Und ich hatte ja auch mal eine Phase, noch relativ Anfang von YouTube. Da habe ich ja auch mich in YouTube verloren und auch gestreamt habe ich parallel. Und es bleibt halt was auf der Strecke. Ist halt Fact. Es bleibt was auf der Strecke. Und wenn es am Ende deine eigene Gesundheit ist. Kann man sagen, ist nicht so wichtig. Aber weiß nicht. Also meine Gesundheit ist mir eigentlich schon wichtig. Das Mögliche. Und das ist jetzt halt leider das Problem, was ich hier mittlerweile sehe. Überhaupt nicht nervös. Spielt mit Ringen rum und alles. Ja, ja. Wie gesagt, das Thema ist ihm nah. Aber es ist klar, ne? Es ist eine krasse Entscheidung, die er trifft hier wahrscheinlich. Und natürlich, ne? Ich selbst habe keine Freizeit mehr. Also in meinem Leben dreht sich nur noch um Yu-Gi-Oh! Wer hätte das gedacht? Nur noch um Yu-Gi-Oh! und meine Arbeitsstelle. Und wenn du auf der Arbeit bist und wirklich kaum bist du frei, hast du nur Yu-Gi. Wie kannst du dem Content jagen und alles mögliche. Und wenn ich jetzt gerade mal nichts mit Yu-Gi-Oh! mache. Und fühlt man sich halt komplett hohl innerlich. Und für mich ist das gerade mit keinen. Und es ist für mich halt mittlerweile so kein Zustand, den will ich auf die Dauer weitermachen. Also, er sollt es nicht nur machen. Also, es wäre halt auch wirklich gesundheitsschädlich. Also, es ist halt, ne? Leute, man kann nicht nur körperlich, auch natürlich physisch. Das killt dich. Also, psychisch. Das killt dich halt komplett, ne? Also, wie gesagt, es ist eh krass, dass er es so lange durchgehalten hat. Ähm, und auch großen Respekt an das soziale Umfeld, weil irgendwas muss leiden. Also. Und ich kann das halt alles nicht mehr so weit, ähm, weil, wie gesagt, tagsüber, dann abends hocke ich hier vor der Kamera. Und am Wochenende, meistens freitags, äh, und samstags, hänge ich noch in der Physiopraxis, beziehungsweise in der Osteopathiepraxis meiner Mutter mit drin. Und dann tue ich da halt noch weiter arbeiten. Und, äh, es ist jetzt halt einfach so, ich muss ne Handbremse reinziehen. Ich muss ne Handbremse, weil Work-Life-Balance ist aktuell bei mir nur Work-Work-Work-Balance. Und. Chat schreib's aus, da bekommst du nur Burnout. Also halt, for real. Na, Nico, hast du das? Wo ist die Casual-Anime-Szene, die du angesprochen hast? Natürlich alles versucht. Und das wisst ihr. Ich mach den Scheiß jetzt hier schon sehr, sehr lang. Sogar länger als Joshua Schmidt, kann man sagen. Das Ding ist halt, äh, da muss ich halt mal was sagen. Und zwar, YouTube oder auch Streaming, es ist ein Marathon. Es ist kein Sprint, es ist ein doppelter Marathon. Es ist ein Mauerlauf, falls ihr nicht kennt, das ist krasser als ein Marathon. Ähm, das ist halt, äh, also ein Sprint reicht halt nicht. Du kannst nicht sagen, ich baller jetzt mal zwei Monate jeden Tag ein Video. Das reicht nicht. Du musst es halt eigentlich ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre machen. Und, äh, dann kommt noch hinzu. Also, natürlich, äh, je länger du da dabei bist, desto schwieriger wird's. Ich mein, du hast ja schon unglaublich viel Content gebracht. Und du willst ja nicht einfach ein, zwei, zwei was wiederholen. Das wär ja ziemlich dumm. Von daher, es wird auch schwieriger quasi auf eine Art und Weise. Und du musst ja auch eine Art Neuer finden. Weil wenn du immer das Gleiche machst, dann wirst du auch langweilig. Also, es ist halt extrem schwer, lange Content zu machen. Also, auf jeden Fall. So, das auf jeden Fall dazu. Das ist halt wieder, hm? Wenn du es so ausdrücken möchtest, erzähl dir keinen Neid an Yoshi. Oder ich gönne ihm seinen Erfolg, Bruder. Der Typ, der reißt eh alles. Ja, ich mein, Joshua Schmidt ist Einzelnametalent. Also, Joshua Schmidt ist halt... Dein Profispieler, Joshua Schmidt. Also, er ist halt... Also, er ist ein Ausnahmetalent, kann man sagen. Weil er ist halt einfach Nummer eins als Spieler. Ähm, ist klar, dass Leute ihn gucken wollen. Da geht's auch gar nicht um Entertainment oder ähnliches. Die Leute sind da, weil er ist er. Punkt. Also, es geht nur um die Person und natürlich das, was ein Yu-Gi-Oh! macht. Ich verstehe es nicht. Alles ab. Ähm, ich mach... Wie soll ich das sagen? YouTube pumpe ich. Ich habe... Ja, tut er. ...glaube ich, die letzten anderthalb Jahre gab es keinen Yu-Gi-Tuber, der nur im Ansatz so viel Content gepumpt hat wie ich. Was... Naja, also, CK... CK, hallo? Ähm, CK ballert auch viel. Ballert viel. Leute, er hat einen Zweikanal, der nur Yu-Gi-Only ist. Ähm, aktuell kommt da jeden Tag ein Short und ein Video. Ähm, der ballert auch viel. So. Ich will jetzt nicht... Ich habe jetzt keinen Bock, hier nachzuzählen oder aufzuwerten, wer mehr macht. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, aufgrund der Tatsache, dass CK das beruflich macht und nicht einen Nebenjob hat Ähm, was Nico ja leistet, ist anders krass halt. Wie gesagt, es geht nicht darum, wer mehr gemacht hat. Es geht darum, er hat wirklich viel. Es geht um den Faktor viel. Ähm, und der ist halt sehr krass, ne? Und dann halt noch neben allem anderen. Was nichts mit News zu tun hatte. Ich wollte halt tatsächlich, ähm... Ich wollte wirklich... Nie dieser... Hier wirst du besser, hier lernst du was... ...kann. No Front... Ist auch nicht so leicht, ne? Also die Position hat er sich ja erarbeitet, dass er der Casual ist, der nicht gut spielen kann. Also er sagt ja immer selber im Stream, ja, ihr seid nicht wie ein Gameplay hier. Ich bin kacke. Ja, wenn man natürlich sowas sagt, ist auch schlecht zu sagen auf einmal. Ja, also ich bin kacke. Aber übrigens, so spielst du das Spiel richtig. Man muss aber auch trotzdem, äh, mal eine Lanze brechen für Nico. Jetzt fähren ab, wie gut er ist. Das könnt ihr gerne selbst bewerten. Aber er versteht das Spiel. Und das klingt jetzt dumm, weil ihr meint so... Ja, hä, wir verstehen alle das Spiel. Ne, ne, also... No Front, aber es gibt Leute da draußen, die verstehen das Spiel trotzdem nicht. Also er versteht das Spiel schon, ähm... Ja, das kann man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Es gibt auch, äh, Leute... Auch schon Leute, die vorangegangen sind, die Videos gemacht haben, die das Spiel nicht richtig verstanden haben. Ähm, und hier... Ich würde auch nicht mehr sagen, dass das Spiel verstanden hat. Und das ist eine gute Basis. Ähm, ich glaube, deswegen kann er da überhaupt so sein, wie er sein kann. Weil er kann rumblödeln. Er kann... Er kann... Insider-Gags, äh, bezüglich Community-Rulings, EDC... Also, also, ne, spielerisch, ganz andere Sache, aber er hätte das Spiel an sich verstanden und ist da nicht im Kopf gefallen. ...kanal sein, weil ich bin der Meinung, die gibt's wie Sand am Meer. Das Problem ist aber, Sand am Meer ist das Einzige, was sich klickt. Ich weiß nicht, ob er jetzt meint wirklich so News-Kanal, also so wie Julio mit, äh, äh, Neuigkeiten oder so. Oder halt einfach, äh, News, so, die neuen Karten kommen raus, neue Set kommen raus. Oder ob er auch meint halt, wie man besser wird. Also, wie man besser wird wirklich. Also, ja, es ist immer schwierig, das zu bewerten, aber so richtig, richtige Guides, äh, Tutorials, ähnliches, gibt's nicht wie Sand am Meer. Also, auf keinen Fall. So richtig gut gemacht auch. Also, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist René Brain, der das aber komplett casual macht. Also, der erklärt von Null an. Also, wenn du schon, ja, Yu-Gi-Oh! gespielt hast, denkst du dir, was erzählt er mir? Das weiß ich doch schon alles. Ja, ja, genau, er fängt bei Null an. Ähm, und versucht das zu erklären und das auch hochwertig produziert und auch gut gemacht. Ähm, aber da fängt er mal mit Null an. Und bis du alles geguckt hast, gefühlt bist du auch irgendwie drei Monate dran. Äh, die Serie geht ja immer weiter und weiter und weiter und weiter. Äh, das ist, äh, gut. Ähm, und da wird ja halt einfach die Basics erklärt. Und das meinte ich auch eben mit Basics. Nico beherrscht die Basics. Das ist halt definitiv außer Frage. Also, wie das, und viele Leute müssen auch noch die Basics lernen. Also, von daher, ähm, ja. Ja, und, ja, kommen wir gleich dazu. Klickt. Wir haben ja unsere Master Duel Challenge hier mit DTV gestartet. Okay, jetzt geht er auf, was sich klickt, okay. Und ich sag's so, es ist voller Flop mal wieder. Ich hab ja hier Power of Road gestartet, ebenfalls voller Flop. Ich find's immer ironisch, äh, also, wie gesagt, ich kenn Nico schon ein bisschen länger. Voller Flop. Ich verstehe, wie er es natürlich meint. Äh, er bezieht darauf, wie performt, also, wie viele Klicks kriegt ein Video im Vergleich zum Durchschnitt des Kanals. Also, man kann ja sagen, man guckt so alle Videos des Kanals an oder Analytics, gibt auch sehr viel Infos. Und dann kann man halt gucken, ja, äh, wie performt was so. Und ich weiß, was er meint mit Flop. Er meint damit, zum Rest seiner Video performt das Ganze nicht gut. Verstehe ich, ja. Aber, ähm, das Ding ist halt natürlich, man muss trotzdem betrachten, dass, ähm, es gut im Vergleich zu anderen ist. Also, wir reden hier von einer Klicks-Dimension, die man, wovon manche von träumen würden. Ähm, ich weiß, dass Nico das jetzt hier gar nicht thematisiert. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Nico dankbar ist für alles. Auch für die Klicks so. Und es klingt hier sehr abwertend, wenn er sagt, so, ja, so ein Flop, ey, ganz ehrlich, die 2000 Leute, die mein Video geguckt haben, jucken mich nicht. Das ist nicht so. Das hoffe ich mal nicht so. Aber so meint er halt mit, äh, ist ein Flop. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, dass, ähm, er hier von Sachen redet, die er sehr kurzliebig gemacht hat. Ich kann da nicht Julio noch als Beispiel beziehen. Julio, ey, das ist doch der Meta-Dude, der Meta-Analysen-Dude, der, der alles, äh, macht, äh, der, der voll erfolgreich ist damit. Und er dachte, das ist ja, äh, voll krass, ey, das ist ja klar, dass das klappt. So, nee, Leute, das hat nicht geklappt. Äh, Julio hat seinen Kanal umgestellt. Also, er hat Content umgestellt und die Umstellung hat wirklich lange gedauert, bis er überhaupt angefangen hat, dass die Leute das angenommen haben, das gewachsen ist, dass das, äh, Leute gefeiert haben. Das wird Julio auch so unterschreiben. Ähm, hat gedauert. Ähm, und ich hab ihm auch gesagt, Julio, das musst du durchziehen. Wie gesagt, kein Sprint, ein Marathon. Ähm, und erst nach zwei, drei Monaten hat sich eine, also hat sich herausgefunden, das kommt an. Und jetzt hier auch, Master-Duel-Challenges oder ähnliches. Ähm, allgemein, Master-Duel-Challenge. Du machst eine Challenge, es kann sein, dass die Leute diese Challenge grad nicht interessieren. Es kann trotzdem sein, dass andere Challenges interessant sind. Das weißt du nicht, weil du es nicht probierst. Und wenn du einfach davon ausgehst, das hat halt nicht geklappt, Punkt, Flop, Master-Duel ist Flop, heißt es nicht so. Bestes Beispiel ist auch so, Challenges zu, 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 zu Deck-Themen oder, oder Karten. Du machst zum Beispiel, ähm, schaffe ich es mit den dunklen Magier, äh, eine YCS zu toppen? Vielleicht wird es geklickt, weil die die Challenge an sich cool finden. Vielleicht finde ich es auch cool, weil dunkler Magier drin ist. Wenn du das Ganze mit den Blu-Eyes gemacht hättest, hättest du es vielleicht weniger oder mehr Klicks gemacht. Das sind so viele Faktoren, die da drin sind. Und beim Master-Duel auch bei der Challenge. Kann sein, dass sie die Challenge, wie sie war, nicht gefallen hat. Aber kann sein, dass Master-Duel Challenge an sich gefallen, finden. Oder auch erst sich die Zielgruppe finden muss. Das bedeutet, das muss man halt länger und länger machen. Problem ist natürlich, gerade bei ihm, er sagt es ja auch, ne, es ist für ihn ja quasi ein Job. Und, äh, Doppelsachen und er sagt ja auch oft, äh, ihn ist Geld natürlich auch wichtig. Das bedeutet also, in dem ganzen Umkehrschluss, natürlich achtest du mehr auf Zahlen. Und du hast nicht diesen Luxus, sag ich mal, ähm, dass man halt viel herumprobieren kann. Und dann sagt, ey, cool, die Master-Challenge kam ja so okay an. Ich hätte gerne mehr gehabt, aber ist okay. Ich mach das jetzt einfach noch, äh, 20 Folgen weiter. Ja, dann hast du halt erst mal 20 Folgen, wovon dann vielleicht ab Folge 10 oder ab Folge 15 erst, ähm, die Klicks nach oben gehen. Und da hast du dann die Frage, kannst du dir das leisten? Und, äh, natürlich, wenn du es aus den finanziellen Aspekten machst, also wenn, wenn der Kanal entscheidend ist, ob du essen kannst, dann natürlich, äh, hast du nicht diese Freiheit. Weil dann ist es natürlich problematisch. Da musst du es so sehen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein Flop an sich, ähm, war. Äh, auch an sich, äh, zu der Challenge kann ich sagen. Es war sehr gut. Und ich denke mal, vielleicht, wie gesagt, es kann so viel sein. Es kann auch sein, dass es halt, sie erst anlaufen muss. Und auch noch mit, nicht nur, äh, DTV und Nisga, sondern auch noch mit anderen. Also, dass die Leute so untereinander craten oder Team Edition, so Nisga und DTV gegen XY oder so. Aber wie gesagt, ne, ähm, für ihn ist es halt einfach gescheitert und, äh, er möchte das nicht machen. Ich zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel, ähm, Exodia-Challenge gemacht. Ein Masternol, dass man halt, äh, Exodia-Challenge machen kann. Man kann sagen, ja, also, es hat zum Durchschnitt halt ein bisschen schlechter performt. Nichtsdestotrotz, das ist immer noch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Er guckt gerade auf der Short-Distance. Ähm, diese Challenge hat aktuell im Vergleich zu seinen Durchschnittsvideos weniger Klicks. Es kann aber sein, es kann natürlich wirklich sein, dass halt wirklich, ähm, auf Long-Distance die Videos sich übelst klicken. Das heißt, nach einem Jahr guckt er drauf, also sagen wir so, ein Video hat jetzt 2.000 Klicks. Und nach einem Jahr hat es auf einmal 10.000 Klicks. Dann denkst du so, oha, jetzt ist aber voll das krasse, erfolgreiche Video. Das ist halt, die Challenge kann man halt gucken auch noch in 20 Jahren, so. Es ist halt kein News-Format. News-Formats sind halt, klicken sich jetzt und danach klickt die keiner mehr. Weil, warum? Also, warum sollst du in den Jahren 2024 in die News gucken von 2020? Macht ja keinen Sinn. Aber eine Challenge kann man sich immer und immer wieder angucken. Und das sind halt alles so Faktoren, die man berechnen muss und, äh, bedenken muss. Aber ich verstehe natürlich, wie er es meint. Äh, bei Power of Rook muss ich noch eingrätschen. Die Darstellung war nicht optimal gewählt, sag ich mal. Äh, Leute finden gestik Mimiken immer besser. Ähm, er war krank zu dem Zeitpunkt, hat, äh, zu dem Zeitpunkt halt die Videos aufgenommen, wie er krank war. Deswegen war er vor der Kamera nicht möglich. Aber das, das, das trägt halt alles dazu bei, das Ganze, die Art und Weise. Vielleicht hat man es noch anders gestalten können oder müssen, das weiß ich natürlich nicht. Ist alles Experiment, Try and Error, Try and Error. Und, ja, und er sagt halt, ist gefloppt. Vielleicht waren die Videos auch zu lang. Vielleicht hätte man auch das anders aufziehen müssen, weil er hätte einfach nur Duelle quasi nachkommentiert und das Deck halt vorgestellt. Ähm, vielleicht hätte man nur Best-ofs von Elementen zeigen müssen. Wäre natürlich immense Aufmerksamkeit für das Video, ne? Dann machst du so zehn Duelle und machst dann zwei daraus, äh, oder drei Best-of-Momente-Bugs ins Video oder so. Aber man könnte auf jeden Fall vielleicht irgendwie es anders gestalten, ne? Also, ich bin der Meinung, gerade so Deck-Themen und sie im Rank zeigen, haben schon einige Kanäle gezeigt, dass das funktioniert. Die Frage ist halt, ob du die Zeit da reinstecken willst, weil die meistens ein bisschen aufwendiger sind. Und das andere natürlich noch, auch hier, Deck-Themen. Weil, bei, ähm, wenn du sagst, ey, hier, ey, du kannst Infanoid spielen, hat er ja gemacht, Infanoid, äh, kannst du spielen. Das ist ein solides Deck, ist natürlich kein Meta, aber ihr könntest spielen. Vielleicht interessiert Infanoid einfach niemanden. Dann macht er morgen, äh, Raid-Raptor, hat er ja auch gespielt, ähm, dann auf einmal Raid-Raptor-Fan-Thema voll viele. Macht Heroes auch vielleicht voll viele Klicks, weil Heroes hat eine riesen Community. Ähm, das heißt, es gibt halt, äh, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann hat man halt so ein Format, was kommt. Du hast halt ein Deck-Thema, was nicht so interessant ist, hast halt weniger Klicks, hast ein Deck-Thema, was gut ankommt, hast halt viele Klicks. Das ist halt wie bei Openings ungefähr. Es gibt Sets, die jucken keinen, wenig Klicks. Es gibt Sets, die sind hyped, wie Tinbox oder so, ganz viele Klicks. Dann gibt's Sets, die sind halt durchschnittlich, gibt's auch durchschnittlich Klicks. Also, man, so kann man das auch immer vergleichen. Ähm, deswegen generell von einem Flop zu reden, ist halt schwer. Sehr lange Rede, tut mir leid, Leute, weiter geht's. Ähm, wenn du dich einfach nur auf irgendwas reagierst, zehnmal more while, aber das ist irgendwas wie das anderes? Ja, gut, bei Reagieren, lol, er redet von mir jetzt auch, ähm, ja, reagieren ist natürlich immer, ne, man hört eine Meinung, Meinung ist, man kann eine Gegenmeinung haben oder eine Meinung zusprechen. Und das sorgt natürlich dafür, dass du mehr Interaktionen hast. Oder auch, wenn du gerade auf was reagierst, was ein gehyptes Thema ist oder ein großes Thema ist, also keine Banlist, wie zum Beispiel, reagierst auf eine Banlist oder Banlist Prediction oder so. Also, die Leute wollen deine Meinung hören und, äh, das Thema interessiert sie und deswegen klicken sie drauf. Wenn du natürlich sagst, das sind wir, wie gesagt, beim Thema, wenn du deckt Themen Infineut, ja, wenn jemand einen Infineut nicht juckt, dann wird das Video auch nicht anklingen. Wenn du aber sagst, dann, die, die krassen, heftigen Reprints, ja, Leute, wollen wissen, was Reprints sind. Die klicken natürlich drauf. Und selbst wenn du nur darauf reagierst, also auf den Spoiler reagierst oder den Pre-Release Opening, das ist natürlich interessiert, dass mehr Leute so. Das ist halt logisch so. Du musst halt gucken, welche Nische man dann quasi da anspricht. Und jetzt einfach nur werde ich drauf zurückgreifen müssen, ähm, ich werde nur noch zweimal die Woche streamen statt viermal. Ähm, es wird vorerst keine Montage, also ich mach das. Erstmal von vier auf zwei ist 50% weniger. Zweimal streamen, wenn er immer noch acht Stunden streamt, ist so weitaus mehr als manches anderes streamen. Wenn er dann noch YouTube parallel macht, dann ist das immer noch ein großer Output, aber er würde bestimmt noch was zu sagen. Das Ganze, das Ganze trifft auch erst ab April in Kraft. Okay. Das muss ich auch sagen. Den März ziehe ich noch. Ist auch krass, ne? Er sagt so, ich muss eine Handbremse anziehen, ich muss da durch. Also, das ist ja so sein Call gewesen. Ich muss da durch. Äh, ich muss jetzt, durch, was labere ich. Er muss die Handbremse anziehen, er muss jetzt Schluss machen. Aber er stand sofort Schluss machen bis April. Junge, pass auf dich auf. Bitte, Nico. Nico, hör auf. Hör einfach auf. Zieh jetzt den Schlussstrich. Warum bis April? Auch voll durch. Ich habe auch schon mit meinem Werbepartnern geredet. Oh, wer, äh, vielleicht auch so ein Werbepartner zu tun, das kann natürlich sein. Aber es ist halt so, ich brauche eine Notbremse. Aber den Burnout nehme ich noch mit. Also, ich arbeite, bis ich Burnout habe, dann höre ich auf. Mit Sleeve Chief, die Verträge sind schon wieder alle angepasst. Holzkern kommt noch, muss ich noch mit denen reden. Aber es ist halt einfach so, ich kann das nicht mehr. Ich straight up, also... Ja, safe. Ja. Ich glaube, man hat jetzt lange verstanden, dass es ist. Übrigens, die Raction geht übelst lang. Es tut mir unglaublich leid. Falls ihr noch da seid, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr so ausführlichen Raction blöd findet oder nicht. Oder ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Ja, keine Ahnung, geht schon sehr ausführlich jetzt gerade. Ähm, und ich selbst werde mich jetzt einfach zurücknehmen und ich werde wirklich für mich auf ein Hobby-Level. Ich habe das so oft schon gesagt, so oft gesagt. Aber jetzt will ich wirklich erstmal nur noch sagen, das hier ist nur noch etwas, damit ich Yugi spielen kann. Wenn ich jetzt halt aufhöre zu streamen, sage ich jetzt schon, wie es ist, höre ich mit Yugi auf und das will ich nicht. Echt? Krass eigentlich. Also, ne, ich meine, ich meine, Locals hat da nicht so eine Nähe und er macht ja Online-Locals, Leute, wenn ihr Locals spielen wollt und keine Nähe habt. Da ist eine Anlaufstelle. Ähm, ja gut, ne, da kann man Locals spielen. Also, ich spiele halt auch zum Beispiel viel Master Duel und spiele dann halt auch auf den Events und so. Also, aufhören. Aber wenn es für ihn so ist, okay, verstehe ich. Also, wenn er sagt, ich will das Hobby haben, ich will nicht aufhören damit, aber ich höre auf, wenn ich nicht streame, dann macht das ja Sinn. Aber dann ist sogar zweimal die Woche, glaube ich, ein gesundes Mittelmaß. Aber auch hier, er fährt sich wieder so fest, zweimal die Woche, ich muss zweimal die Woche streamen. Sag doch einfach, ich streamen, wenn ich will. Und am Ende läufst du dann auf zwei Wochen hinaus. Aber ist okay, du versprichst schon wieder zu viel. Du machst dir wieder selber Druck, so. Nimm das raus, nimm es raus. Sag einfach, ich stream null bis zweimal die Woche, so. Dann ist das doch okay. Aber von mir ist auch null bis viermal. Vielleicht streamst du einmal mehr, weil du Bock drauf hast, so. Aber mach doch nicht diesen Druck direkt wieder. Schon wieder dieses Pensum, so. Ich muss jetzt zweimal die Woche streamen. Und dann schaffst du es nicht. Und dann musst du dich entschuldigen, weil du dich schlecht fühlst. Du hast es ja versprochen. Einfach keinen Druck machen. Ich würde den Druck halt rausnehmen. Ich will Yugi spielen. So, für mich soll das hier so der Ort sein, wo ich herkommen kann. Und ich zocke ein, zwei Runden Yugi. Oder ich zocke mal den Abend Yugi. Mir gucken ein paar Leute mit dabei zu. Und dann kann ich noch quatschen, vor allem mit meinem Chat hier und so. Das finde ich auch ganz nett. Ähm. Glaube ich. Also, das ist jetzt einmal das. Mit Chat quatschen und so ist immer mega chillig. Und der Sinn dieses Streams war ja wirklich einfach nur, um den Discord-Server zu promoten, damit der Discord-Server wächst. Ja, da sind wir aber schon weit weg von. Discord-Server halt wächst. Und das hat wirklich tatsächlich funktioniert. Ähm. Aber jetzt ist die Frage, wann werde ich jetzt streamen? Okay, ja. Wie ziehe ich das Ganze jetzt auf? Guck, er macht sich schon wieder einen Plan. Also, er tritt kürzer, aber eine Handbremse ist das für mich noch nicht. So. Der wichtigste Stream, ich glaube, dass es schon allen, die das Ganze... Guck mal, wichtigste. Hör auf dich. Es ist egal, was die Leute wollen. Also, ja, es werden Leute sauer sein. Aber wenn es für dich nicht tragbar ist, wenn es für dich zu viel ist, also wirklich, es geht nicht mehr. Dann, dann hör auf dich und nicht, was ist für euch der wichtigste Stream? Den muss ich jetzt machen. Nein, du musst nicht. Wenn deine Gesundheit gefährdet ist, wenn es für dich nicht mehr tragbar ist, dann mach, was du willst. Hiermit verfolgen. Der wichtigste Stream von allen war immer der Dienstag-Stream. Das waren die ersten Remote-Duel-Locos unserer Woche. Das ist auch mal so der, wo man am meisten View-Zahlen hatte. Das ist das, was die meisten geschaut haben. Der wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Dienstags tätige Online-Locos bleibt. Jetzt ist aber noch das zweite, was kommt ist, und zwar der Donnerstag. Donnerstags haben wir eben... Also, ich werde nur noch Dienstags und Donnerstag streamen. Okay. In Zukunft. Aber was passiert dann mit dem Donnerstag-Stream? Also, ich möchte mir den... Ich weiß gar nicht, wann er Locals hat. Also, Dienstag ja offensichtlich. Ich weiß auch gar nicht, ob er Donnerstag auch Locals hat oder nicht. Donnerstag so frei halten, damit ich es entweder so machen kann. Dann entweder ich mache etwas, was nichts damit zu tun hat mit den Locals. Also, ich kann, wenn ich möchte, die Locals am Donnerstag streamen. Ah, Donnerstag. Und da sagen, okay, wir spielen jetzt Locals am Donnerstag. Oder wir machen was anderes. Also, Dienstag bleibt Locals. Und Donnerstag Locals in Klammern oder DSM. Ja, aber genau da. Ich meine, das ist ein guter Schritt so. Donnerstag mache ich das, worauf ich Bock habe. Entweder streame ich ja Locals oder ich gucke mir Videos an oder ich gucke mir News an oder ich gucke mir Spoiler an oder irgendwas. Also, das ist doch super. Mach doch Dienstag auch. Nimm den Druck raus. Also, Drawstand by Main. Drawstand by Main übrigens bleibt erhalten. Dennis und ich wollen... Guck mal, für alle Leute, die Angst hatten, Podcast bleibt erhalten. ...das weitermachen. Wir wollen... Übrigens, wir machen Podcast. Timeout ist auch ein extra Channel, Leute. Es gibt die nicht mehr auf den Kanal von Julio, CK, Phoenix oder mir. Das ist ein extra Channel. Timeout, der Yu-Gi-Oh! Podcast. Könnt ihr suchen. Ist auch unten verlinkt. Ja, extra Kanal jetzt. Der Podcast läuft weiter. Und kommt wöchentlich, Leute. Manche denken so, der gibt's nicht mehr. Doch, den gibt's noch. ...das Ganze entweder offline machen oder wenn's halt da ist. Verstehe ich schon was? Boah, offline auch wieder. Also... Boah, Nico. Ich will einfach, ne, wirklich mach, was für dich richtig ist. Ich will einfach nur, dass das einem gut geht so. Und dies so... Ja, ich stream zweimal die Woche. Pflicht und dann... Ja, offline muss ich noch den Podcast aufnehmen, weil der ist wichtig für mich. Wieder so Druck, so Stress. Er sagt so, er kann das nicht, weil's alles so viel ist. Aber er nimmt sich wieder viel vor. Was ich meine. Auf jeden Fall... Also dieses Pensum, ne? No joke. Podcast. Parallel. Zweimal die Woche streamen ist mehr, als manch andere Creator überhaupt machen. Manche machen ein Video nur die Woche oder so. Ähm, und dann nicht mal ein aufwendiges, sondern einfach nur so, jo Leute, hier, das ist mein Deck. Tschüss, wieder weg. One Cut, fertig. Keine Bearbeitung, nix, so. Ähm, und er redet hier von mehrfachen Stunden Streaming plus Podcast. Also, es ist kürzer treten zu dem, was er vorher hatte. Aber im Vergleich zu manch anderen ist das komplett übertriebener. Das bleibt halt erhalten. Ähm, ich werde das dann halt an dem Donnerstag auch so machen. Ähm, ich werde... Ähm... Ah, nöööööö. Danke für den Follow. Nico, mach doch bei so wichtigen Themen die Alerts aus. Oh mein Gott. So, je nachdem, wie ich Bock hab. Locals oder Reaction plus irgendwas. Und ja, das machen wir dann immer so, je nachdem, wie wir uns fühlen. Aber der Dienstag, der ist es, Dienstag bleibt halt definitiv erhalten. Also ich glaube, wie soll ich sagen, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen mit dem YouTube-Channel. Also ich weiß, wir sind im Internet und im Internet wird viel geredet und viel gesagt und auch viel vorgeworfen. Aber wenn da jemand sagt und sagt, ey, ich kann es nicht mehr, das ist zu viel für mich, ich muss kürzer treten. Also du musst ja keine Empathie haben, um zu sagen, ja, das geht jetzt aber gar nicht. Also ich glaube, jeder fühlt das. Also Kaufwild, wie gesagt, ich finde das immer noch zu krass. Es ist eh so, der ist eh an Katanakiri eh schon lange abgegeben. Das meiste macht ja davon Kevin. Wenn ich halt ab und zu mal so die Muse hab und Bock hab, dann mach ich ja auch ein YouTube-Video. Machen ja auch so ein Zeug. Und das werd ich dann auch wahrscheinlich weiterhin haben, wenn ich mal Bock hab, mein YouTube-Video selber. Aber ja, auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Ich hab das Ganze schon auf Instagram Bescheid gegeben. Warum? Wie gesagt, ich hab keine Freizeit. Ich vermiss den Sport bis zum Gehtnichtmehr. Also ich glaube, wer schon länger und länger und länger diesen Stream mitbefolgt, der kann so über Jahre, Monate, hatte ich ja einen Fitness-Ark. Und dann musste ich Vollzeit arbeiten und seitdem bin ich nur noch fetter, fetter und fauler und fetter und was. Ja, komm. Und ich fühl mich richtig scheiße und unwohl und alles. Okay, das stimmt. Und ja, das ist halt auch noch mit unter anderem ein Grund, warum ich das... Aber da, also, ich hoffe, dass du das jetzt mit den Änderungen, dass du das alles in den Hut kürzt, sonst tritt noch kürzer. Dass du jetzt auch gesagt hast, nee, ich will wieder ins Fitnessstudio, ich will wieder Sport machen können und alles und Ernährung und so einen ganzen Kram achten. Und das Ganze und ich hoffe, ihr versteht das Ganze und ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Auch mal aus dem Gym-Stream. Nee, absolut nicht. Und... Boah, das ist auch schwierig, ey. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wenn jemand durchs Bild läuft und so... Also der März, den zieht man das durch. Ja, warum, aber wir machen es einfach. Vielleicht wie ein Werbepartner, aber ansonsten sehe ich da keinen Grund zu. Dann werde ich noch meinen alten Streaming-Schedule machen, von Montag bis Donnerstag. Und ab April wird es nur noch Dienstags- und Donnerstags-Streams geben. Like I fucking said, ich kann das nicht mehr. So, okay. Ich wollte Vollzeit-Stream... Hey, hör auf dich zu entschuldigen. Also wirklich, es versteht jeder. ...treme werden... Ah, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die aussage korrigieren und zwar folgendes du kannst mit kompetitiven content oder in die richtung gehend also nico ist ja trotzdem locals metadex über die reden und so yugioh meter in deutschland ist nicht möglich davon zu leben yugioh insgesamt also mit allen facetten wo anime und alles dazu gehört ist es möglich sieke jetzt bewiesen und ja sieke ist auch nicht von heute auf morgen dahin gekommen wie gesagt es ist ein marathon kein sprint aber zu sagen es ist gar nicht möglich ist halt komplett dann habe ich auf englisch gewechselt ja das war der große fehler der welt also war komplett lost muss ich sagen hat bei mir nicht so funktioniert auch da hat bei mir nicht funktioniert erst zwei wochen gemacht hat gesagt es macht ihnen kein spaß es funkt leute sind gewohnheitsmenschen es funktioniert nie etwas instant also ist sehr auch zu schön wenn es so einfach wäre würde jeder sein youtube-kanal so machen kanal video x hochladen funktioniert nicht anders video kanal x und so funktioniert und sofort erfolgreich millionär fertig so ist es ja nicht natürlich nicht leute auch allein jetzt nico hat allgemeine veränderungen durchgemacht also er war früher anders als heute und wenn jemand in früher geguckt hat und sagt das ist doch dieser typ da und dann sagt er nie der ist ganz anders geworden das ist voll cool geworden da guckt man nach ein jahr zwei jahren noch mal rein echt stimmt das ist wirklich cool geworden das passiert so es es ist halt dauert halt einfach es ist ein marathon und kann ja zwei wochen englisch stream ist halt wie gar nicht also wie gar nicht gestreamt haben auf englisch also du kannst ja du musst dir leute sagen ich hier kannst du das sehen so du kannst das hier sehen regelmäßig aber du kannst nix regelmäßig sehen eine reichweite mehr geschadet gut nach zwei wochen kann man jetzt aber sagen niska das war ziemlich schadlich ja ich weiß ja true point adhs ist heller von drug ja okay aber man kann halt nicht sein das ist also man hat es halt eigentlich richtig versucht so aber es war die richtige entscheidung also jetzt nicht das kritisiere oder so ist die richtige entscheidung das so zu machen weil ja also wenn es keinen spaß macht und ihnen sagt so ist leitet alles drunter für mich der stream ist nicht mehr so wie ich wollte es macht mir keinen spaß und so überhaupt damit also bloß auf das war der richtige weg aber die idee dass man einfach auf englisch umstellt und schon habe ich 10.000 abos mehr also kommen ehrlich das wussten wir alle dass es nicht klappt so und ja also das war halt ein fehler und das andere ist jetzt aber niska was ist wenn das wieder so macht die leute aus danke für den fünf subs und das gemacht nicht danke für den sap leute ihr müsst mich jetzt nicht mit geld so bewerfen wirklich viele viele lieben fucking dank ich habe euch ganz so lieb ja und es ist jetzt halt einfach ich will ich will weiterhin für euch niska sein ich will nein nein nico nein sei nico kauf dein leben klar weiterhin der keine ahnung pausen clown bleiben aber ich muss jetzt guck er versucht es immer noch tritt kürzer sei du selbst wenn es für dich nicht passt juck nicht dann machst du halt nicht und wenn du sogar beruflich jetzt woanders halt mehr reingehst und youtube finanziell nicht mehr so wichtig für dich ist dann ist es noch mehr wichtig dass du darauf achtest was du willst einfach ich habe es oft genug gesagt ich wiederhole mich sorry erst mal nach mir schauen und zum beispiel tust du aber zum größten teil nicht du achst versuchst noch den leuten gerecht zu werden ich glaube das kann ich jetzt auch schon mal droppen worauf ich mich jetzt halt auch noch mal mit unter konzentrieren ist dass jas und ich wir wollen nächstes jahr heiraten glückwunsch auf jeden fall nico glückwunsch glückwunsch und das ist so eines der dinge auf die ich mich jetzt gerade auch noch mal privat ein bisschen mehr fokussieren möchte alter hochzeit in hölle also ich sag jetzt nicht dass sara ein schlimm ist aber eine hochzeitsfeier plan und alles hölle sag ich euch da ist so viel geld drin es ist es ist unglaublich aber wir wollen das fassen davon das dauert ewig aber allein so ja sie wollen hier eine party location mieten ja ja genau für was denn ja für eine party ja ja okay hier 1000 euro für eine hochzeit ja 5000 euro und den ganzen kram und ja im endeffekt i just literally die und ja ich dachte wir bekommen kein vergiss ist es bruder direkt ne aber das kommt mir nicht ins hause ja auf jeden fall wirklich viele viele lieben fucking dank leute ihr seid wunderbar auch geile so richtiges statement ich muss nicht zurücknehmen achte ja und ich heirate kurs und ja ach so das war's ja gut okay das ist dann interessanter abgarten ich meine es kommt aus dem stream also natürlich muss es so gekattet werden wenn ich richtiges ende drin ist ja ich glaube sein zwölf minuten wieder über 40 minuten video gefühlt crazy was kann abschließend sagen nico vielleicht höchst das wird auch nicht aber generell wenn die gesundheit das nicht mitmacht dann ich habe sondern gesagt sollte man auf seinen körper hören auf sein gefühl hören muss man kürzer treten klar muss irgendwie leben wenn man nichts essen kaufen kann ist schlecht aber man muss dann vielleicht andere wege finden und vielleicht einen anderen weg beschreiben ist es schwer und auch dieser schritt für ihn man sieht es ist nicht einfach aber es ist der richtige definitiv weil am ende landest du halt wirklich sonst im burn rot und das will kein mensch das bringt dir dann auch nichts ich meine was bringt dir das wenn du jetzt noch zwei jahre durchziehst und dann danach halt wirklich einfach nichts mehr kannst du das bringt halt nichts und wie gesagt es wirkt immer noch so als würde man sehr auf versuchen die community gerecht zu werden sich entschuldigen dass weniger streamings kommen versuchen noch das zu machen was die community will eine notbremse ist für mich halt wirklich ich höre einfach mal auf jetzt und ich mache nur noch das was mir gefällt so also ich mir shit egal was zahlen sind egal was geld angeht nicht nur wenn es möglich ist mir bewusst natürlich jetzt ist alles egal ich gucke wirklich nur auf mich und alles andere ist mir jetzt erst mal egal weil das ist mir gerade wichtig und darauf gucke ich und dann guckt man am ende wenn es am ende dann immer noch das gleiche ist wie vorher ist doch schön so da freut es auch einige aber wenn es anders wird wenn sich auch leute finden die das gucken die sich freuen man darf halt nur nicht dann natürlich enttäuscht sein wenn zum beispiel zahlen rückläufig sind oder so aber wenn man es auch spaß macht sollten zahlen zweitstellig sein ist es schwierig ich weiß ich war auch mal quasi zahlen krank aber das muss man ablegen dann wenn vor allem wenn die gesundheit leidet also es muss muss halt einfach ne also das ist halt klar ja von daher ich denke mal ich habe ein input gegeben vielleicht zu groß jetzt zum schluss wäre zum schluss durchgehalten hast du es geschafft und was haltet ihr von solcher art von videos wollte sowas öfter sehen oder nicht ich bin gespannt also ich habe keine ahnung ist jetzt so ein experiment hier vielleicht dann auch doch on stream das ganze machen kann man mit chat noch reden wurde wenn die redaction noch länger alter ich weiß noch nicht wir gucken einfach mal was der algorithmus sagt nicht nico aber das war es auch immer von mir ich wünsche euch jetzt ein wunderschönen tag und wie immer natürlich viel spaß beim duellieren